Liebe Kalkerer Bürgerinnen und Bürger, das Jahr 2021 geht zu Ende und wie jedes Jahr ist es Zeit für einen Jahresrückblick. Und diesmal wollen wir den auch online machen. Tja, das Jahr 2021 entgegen unseren Erwartungen auch wieder von Corona geprägt, aber darüber will ich jetzt nicht lange reden, denn ganz ehrlich, manchmal hat man wirklich auch keine Lust mehr auf Corona. Was war in Kalker los im Jahr 2021? Sie werden vielleicht sagen, naja, eigentlich nicht so viel, zumindest nichts, was Sie so direkt sehen können. Dennoch ist viel, ich sag mal, hinter den Kulissen geschehen. Es mussten viele Planungen vorbereitet werden, damit man im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren dann auch wirklich etwas sieht. So ist dann der Beschluss gefasst worden, einen neuen Bauhof zu bauen. Es ist ebenso der Beschluss gefasst worden, ein neues Feuerwehrgerätehaus in Wissel zu bauen. Da ist der Bauantrag gestellt und wir gehen Anfang des Jahres, sobald die Genehmigung da ist, auch in die Ausschreibung. Gleichzeitig laufen bereits die Planungen für die Neubauten der Gerätehäuser Ingrid und Hönnepel. Wie Sie wissen, dauern oft die Vorbereitungen viel, viel länger als der Bau selber. Genauso oder Gleiches gilt auch für die Marktplatzumgestaltung Ingrid. Auch die ist mit großer Bürgerbeteiligung abgeschlossen und wird nächstes Jahr in die Umsetzung gehen. In Kalkar der Markt, schon lange ist die Rede davon, das Ganze gehört zu einem Stadtentwicklungskonzept, wird auch endlich beginnen. Es wird im Frühjahr zunächst die Alt-Kalkarer Straße, dann die Hanseler Straße umgestaltet und zum Schluss, zum Herbst hin, dann auch der Markt. Ja, Schulen, auch ein großes Thema. Gymnasium und Josef-Lerks-Gruppschule sind 2020 bereits umgezogen und haben schöne neue Gebäude. Was ist jetzt mit den Grundschulen in Wissel und Appeldorn? Auch hier ist beschlossen worden, Sanierungen vorzunehmen, die sehr, sehr umfangreich sein werden. Dazu hat es jetzt mit einer Entwicklung eines Raumkonzepts begonnen. Da haben Lehrer, Kolleginnen und Verwaltung und Eltern sich zusammengesetzt mit einem entsprechenden Planungsbüro. Und jetzt wird ein sogenanntes Raumbuch gemacht. Das ist eine Basis für den Architekten, der im nächsten Jahr sich um die tatsächliche Ausführung denn kümmern soll. Nicht geklappt hat es dieses Jahr, das muss man wirklich sagen, das ist sehr ärgerlich mit der geplanten Umgestaltung der Schulhöfe, Gymnasium und Realschule. Wir konnten einfach kein Planungsbüro finden. Aber jetzt ist eines gefunden, aber das bedeutet natürlich eine große Verzögerung. Ja, gesehen hat man aber trotzdem an manchen Stellen was. In Altkalka, das ist unser Siedlungsgebiet, wird am Vossenkartweg gebaut. Es wird an der Kirchstraße gebaut und in der Birkenallee wird begonnen. Städtische Gebiete sind in der Planung. Erlenweg, ehemalige Gärtnerei Wittjes. Das Gelände ist gekauft und wird jetzt sukzessive in Angriff genommen. Aber das braucht noch ein bisschen. Ja, Eubaum ist auch nochmal kurz anzusprechen, denke ich. Wir haben jetzt Klage eingereicht gegen das Land Nordrhein-Westfalen auf die Erteilung einer planungsrechtlichen Zulässigkeit. Alles andere ist von der Bezirksregierung abgelehnt worden. Wir hoffen, dass wir hier Erfolg haben. In Keerum ist ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen. Hier gehört auch noch ein kleines Wohngebiet hinzu. Das ist jetzt in Arbeit. Der Satzungsbeschluss ist gefasst. Es ist also jetzt allmählich tatsächlich Land in Sicht. Es gab aber auch ein paar schöne Sachen. Der Sommer war ja nach wie vor Corona durchwachsen. Viele Veranstaltungen konnten nicht so durchgeführt werden, wie wir uns das wirklich gedacht haben. Aber einige gab es schon. Ich erinnere nur mal, nur einige wenige an den Kulturpfad. Ich denke an unsere offenen Gärten und ich denke an unsere neue Veranstaltung. Kalka radelt 13 Orte eine Stadt. Die ganze Stadt hat ein Fest organisiert auf Basis ehrenamtlicher Tätigkeit. Das war schon echt eine tolle Sache. Eine Mountainbike-Strecke haben wir. Die ist fertig und kann benutzt werden. Und sie wird mit Begeisterung benutzt. Einen Kiesfahrt in Wissel um den Neuen See haben wir auch. Hier können Sie wunderbar laufen, Rad fahren und sich zwischendurch auch noch über den Kiesbau, insbesondere hier vor Ort, informieren. Das Kriegerdenkmal sei auch noch mal kurz erwähnt, hat für viel Aufruhr gesorgt dieses Jahr. Es ist jetzt in Arbeit. Eine Auseinandersetzung damit ist geplant. Es wird eine Bürgerideensammlung geben, einen Workshop-Shop. Es wird einen Workshop geben und am Ende, denke ich, so ist der Plan, dann einen Künstlerwettbewerb, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Tja, die Stadt Kalka ist darüber hinaus Teil des Welterbestättes Niedergermanischer Limes und gehört damit auch zum UNESCO-Welterbe. Das gibt uns für die Zukunft, denke ich, einige touristische Aspekte, die wir bisher nicht hatten und die uns sicher auch ein ganzes Stück nach vorne bringen können im Laufe der Zeit. Das, nein, was ganz wichtig ist, habe ich noch vergessen. Der Beschluss ist erst am Donnerstag gefasst worden. Und zwar hat der Rat beschlossen, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Dafür gibt es hohe Fördermittel und dieser Klimaschutzmanager muss in seiner Zeit ein Klimakonzept, ein Klimaschutzkonzept entwickeln, auf dessen Basis die Stadt dann weitere Klimaschutzmaßnahmen vernünftig, nachhaltig und effektiv planen kann. Das war in kurzen Worten das Jahr 2021. Es geht zu Ende. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz schöne Weihnachten. Auch wenn es an manchen Stellen nach wie vor alles getrübt ist, genießen Sie die Tage. Genießen Sie die freien Tage, genießen Sie Weihnachten. Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan. Ich finde es einfach toll und freue mich drauf und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Und wenn dann Weihnachten vorbei ist, dann wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie optimistisch. Es wird besser, irgendwie. Und ich glaube, Optimismus ist das Beste, was wir brauchen. Optimismus und Vernunft.